moin leute willkommen zur ersten k2 fontäne auf meinem kanal nämlich die silberfontäne von komet wird auf jeden fall hier schon sehr sehr beschrieben aber da kommen wir gleich dazu ja die silberfontäne ist von komet sieht auf jeden fall schon mal sehr sehr ansprechend aus die verpackung und ja die fontäne hat eine nem von 32 gramm unter 18 jahren verboten k2 natürlich und ja mir gefällt dieses design auf jeden fall und hier wird sie beschrieben als tolle silberfunk und glitzersterne schweif hohen bogen in der dunklen nacht wird auf jeden fall wirklich schon ganz schön interessant beschrieben habe ich schon mal für euch geöffnet und ja würde ich sagen da holen wir die auch einfach mal raus hier sieht man sie ein jahr und nachdem die camp gerade aufgehört weil der speicherplatz voll war aufzunehmen ja würde ich sagen wir gehen wir dort wo wir gerade aufgehört haben ja die fontäne hat mich auf jeden fall eine 1000 der silberblüte von nico oder keller war die glaube ich und ja wirklich die ist wirklich genau so aufgebaut aber gefällt mir wie gesagt auch das blaue designing mit dem schwarz kommt echt gut und ja ich bin schon echt überrascht und freue mich drauf was ist gleich rauskommt wie die ist und ja würde ich sagen da reden nicht mehr lange drum über heißen brei umgehen raus und sind bis gleich da würde ich sagen jetzt wird noch mal die komet silberfontäne sehr schön auf jeden fall ich bin schon sehr gespannt sehr hohe ausbreitung gefällt mir sehr gut das war schon naja etwas naja kann man auf jeden fall trotzdem schon weiter empfehlen den preis von 2 99 und ja ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten video euer pyrofan978 ciao